Achtung, nächster Song, erster Ton, zuhören. Busch der Buschi! Aber pscht, wir wollen die beiden nicht unter Druck setzen. Nochmal. Ich weiß, welcher Song das ist. Das reicht ja. Ja, aber wie heißt der? Achso, ich weiß welcher Song das ist. Summen, aber... Wir hören nochmal. Ich brauche einen zweiten. Zwei Punkte weg. Ich weiß den Song, aber ich... Zwei Töne. Hören wir. Ich glaube, Adriano ist 29 Jahre alt. Vielleicht ist das eher ein Nachteil in diesem Fall. Ja, aber das Problem ist, beide haben jetzt inzwischen, glaube ich, den... Also wissen, wie es weitergeht, aber sie kommen nicht auf den Song. Wir hören nochmal. Zwei Töne. Und nochmal. Will keiner sagen? Okay, machen wir ein Publikumsspiel draus. Liebes Publikum, wie heißt das Lied? Crazy Frog! Was? Crazy Frog? Ist das nicht Axel F? Das ist Axel F. Axel F. 100%. Axel F. Ja, genau. Ja, aber... Ja, ich kenne das Lied vom Hörner. Axel F. Halald Faltermeier. Alex Foley. Beverly Hills Cop 1 bis 35. Paul, du hättest es eigentlich wissen müssen. Du bist vielleicht ein Tick zu jung. Ist entschuldigt. Aber immer noch keine Punkte, Buschi. Ja, ich... Also, ich sag nix. Gut. Nächster Song hier. Der Ton. Ruhig, ihr Publikum. Die stürmen gleich die Bühne. Habe ich so das Gefühl? Ruhig, 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 ruhig. Ruhig, 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 ruhig. Wir hören nochmal rein. Leute, Leute. Und übrigens, das gibt auch den Kandidaten kein gutes Gefühl. Es ist viel einfacher, wenn man keinen Druck hat, als wenn man da am Pult steht. Also, dreimal jetzt der erste Song. Bitteschön. Der erste Ton. Gut, wir machen gleich weiter mit dem zweiten Ton. Bitteschön. Echt? Ich stehe echt auf dem Schlauch. Den Song kennen auch beide. Zwei Töne. Ich glaube, Calvin ärgert sich jetzt gerade, dass er bei diesem Spiel nicht dabei war. Letztes Mal zwei Töne. Kennt ihr nicht? Okay, jetzt liebes Publikum. Und das ist? Shape of you. At Sheeran. Und wir hören mal rein. Ja. Was soll ich sagen? Null zu Null. Da warst du, das hättest du aber, den kennst du den Song. Ja, vom Hörner. Vom Hörner, aber wie der heißt. Die Namen sagen mir nicht was. Paul total verzweifelt. Aber wir haben ja noch ein paar Songs. Wie sieht's denn mit? Oh, 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 okay. Ich glaube, bitte Publikum. Ruhe. Ruhe. Wirklich Ruhe. Okay? Hier der erste Ton vom nächsten Lied. Ja, sag mal. Direkt nochmal. Du bist DJ, ne? Ja, aber es ist nicht meine Musik, die ich spiele, ne? Ich glaube schon, dass du das Lied spielst. Nee, spiele ich nicht. Nochmal. Ich kenne den Song, klar, aber ich weiß den Songtitel nicht. Okay. Den könnte man kennen. Zwei Töne bitte. Ein Punkt. Geht mir auch so. Also sollen wir gleich auflösen, dann ersparen wir uns ein bisschen Zeit. Ja. Liebes Publikum, das ist? Michael Jackson. Beat it, Michael Jackson. Bitte schön. Oh, du Scheiße, ey. Schon peinlich. Und ich glaube, das spielst du schon. Nein, das spielst du schon. Nee? Yeah! Egal. Vielen Dank.